Okay, dann ändert ich auch zurück bei... Warte, der Weg ist, na Gott sei Dank. Ah. Markus ist schuld, dass ich dies tippe. Okay. Dann war da, denke ich. Das ist eine Radiostation. Auf Sendung. Die Elite. Endlich allein. Keine Reaktion mehr, was ich im Radio sagen dürfen. Sicher. Einen zweiten Schlüssel unter der Treppe hinter meinem Haus deponiert. Dann hätte ich vorher nicht so lange suchen müssen. Super. Okay, dafür habe ich jetzt... Das gemacht. Very interesting. So nach Black Mountain. Na, immerhin habe ich das geknackt. Immerhin. Hey, Brunner, schreckt mich nicht. Aktivieren. Installieren. Schnell installieren sie... Was? Schnell installieren sie wie angewiesen das Gerät. Also, okay, okay. Sofort beginnt ein kleines grünes Licht auf ihn zu pulsieren. Also, beginnt die Übertragung anzeigt. Okay. Was der Transmitter installiert worden ist. Gut, haben wir gemacht. Brunner zurück. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war überhaupt kein Problem. Wie keine Skorpione bei Ankunft. Was ist das für eine lausige Begrüßung hier. Oh. Baboon. 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 Da sind sie ja. Was? Einige von uns wollten ihnen für die Freundschaft zur Bruderschaft danken. Darum haben wir recycelte Energiezellen beiseite gelegt. Das interessiert mich. Wir lassen immer wieder mal ein paar davon in der Truhe in der Ecke. Da die Paladine recycelte Munition nicht mögen, sollte das niemanden stören. Gib mir Geld, du A. Gib mir den Money. Gib mir all your Money. Und wenn ich dich jetzt erschieße? Sie gehören nun also zu uns, was? Wahrlich eine seltene Ehre. Ich wollte eigentlich nicht. Ich mach das. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich hatte die Auswahlmöglichkeit hier im Menü, wenn ich E drücke und dann... Ups. Ich komm erst im Weg. Ich möchte nicht unfreundlich sein. Und den ganzen Weg zurück wieder. Den ganzen Weg zurück. Das Problem ist... Was eigentlich kein Problem ist, aber Todes habe ich noch immer nicht befriedigen können. Mit der Aufgabe, ihr Lasergewehr. Ich weiß nicht, YouTube. Ich weiß nicht, was ihr immer denkt. Ich weiß nicht, ob ich hier was eine Farbe... Lassen wir das. Sehen wir. Alright. Quickscope, action. So, du blödes... Seien Sie gegrüßt. Hoffentlich kann ich Ihnen helfen. Das bringe ich dich auf Hinnstellung. Ich habe das Gerät wie befohlen beim Black Mountain angebracht. Ja, ich habe bereits die ersten Telemetrien von dort erhalten. Das wird eine große Hilfe für unsere zukünftigen Bemühungen sein. Ich danke Ihnen. Nun ist es mir eine große Ehre, Ihnen für lobenswerte Dienste weit jenseits des Erforderlichen, den Titel eines Paladins der Bruderschaft zu verleihen. Aufgrund unserer derzeitigen Lage stand eine formelle Zeremonie leider außer Frage. Aber ich hoffe, dass dies Sie dafür entschädigt. Money? Ich habe die Ritter angewiesen, für Sie eine Powerrüstung wiederherzustellen. Es ist eines der frühen Modelle, sollte Ihnen aber gute Dienste leisten. Jetzt sollte ich Ihnen wohl zeigen, wie man sie verwendet, nicht wahr? Eine frühere? Gibt mir eine verdammte Moderne. Wie wäre es damit? Sprechen wir zunächst darüber, wie man sie anlegt. Ich bin überlastet. So, Sie scheinen den Dreh jetzt rauszuhaben. Sie sollten nun jede Art von Powerrüstung tragen können, die Sie finden. Ich habe auch Befehl gegeben, dass Ihnen unsere gesamte Ausrüstung zur Verfügung steht, nicht nur die gewöhnlichen Waffen. Das könnte doch interessant klingen. Sie sind jetzt ein Mitglied der Bruderschaft. Und Ihre Ausrüstung sollte das auch widerspiegeln. Außerdem ist es Ihnen erlaubt, nach Belieben zu kommen und zu gehen. Sie haben viel für uns getan. Daher ist es nur recht so. Ich möchte Sie aber bitten, stets die Interessen der Bruderschaft im Hinterkopf zu behalten. Denken Sie daran, dass Sie hier immer ein Zuhause haben. Okay. Oh, ich kann nicht mehr laufen, Bon. Und du auch nicht mehr. Kann ich die verdammte Errüstung tragen, die mich jetzt überhaupt schon seit 80 Parts nicht mehr interessiert? DT-Bauerhelm, Strahlenresistenz. Pfff. Ich habe eine Moderne gefunden, du Arsch. Fünf. Stärke plus zwei Bewegung, okay. Gut. Und? Und? Das ist doch ein Witz jetzt, oder? Das ist keine gute Idee. Ich habe nur was. Ich habe nur. Das ist doch ein Witz. Kostens habe ich nicht die 51 gefunden, Bon. Du weißt, wo sie ist. Okay. Da muss ich mich aber jetzt wohl ganz langsam auf den Weg machen. Außerdem liegt hier drin die 51er. Warte. Bon. Wie machen wir das? Diese Mist hier. Stärke plus zwei. Na gut. Ich meine. Bewegung minus zwei. Das ist doch alles für den Popo hier. 45. Kiepf. Da. Hier. Ich weiß nicht, wo ich sie hingeschmissen habe. Behalt deine Rüstung. Ich verzichte darauf. 41er gibt er mir für die Mühe. Ich habe 51. Ich könnte auszupfen. Doch ein Witz hier. Hier. Hier liegt zum Beispiel. Ne. T45. Die ich aber nicht nehmen kann. Ich sehe mir jetzt die Unterkunft an. Und wenn die scheiße ist. Werde ich euch alle verraten. Dann. Ein Witz. Ein Witz. Lass mich hier raus. Raus hier. Oder schafft es? Puh. Gibt mir hier einen uralten Mist. Verstehst du? Also unsere frühen Modelle. Aber bitte sicher gute Ideen. Einen Scheißdreck wird die mir machen. So einen Mist habe ich ja nicht erlebt. Was ist hier drinnen? Ich sehe das meine Geschenke. Her damit. So ein Witz. So ein Witz. Ich bin enttäuscht. Ich bin verletzt und enttäuscht. Ich werde hier ein paar C4-Springssätze anbringen wahrscheinlich. Okay. Wo ist diese verdammte Unterkunft? Gibt der mir hier eine uralte Ausrüstung? Ich glaube, ich kotze. Weltkarte. Und wo ist das jetzt? Wo soll ich jetzt wissen, wo das ist? Teasers. Viehzucht, überfallene Farben, Camp Searchlight, Flughafen. Oh Mann. Traction Check-Z-Denkmal. Sehe ich das irgendwie? Oh Mann. Wo ist denn das hin? Was für eine Platzpakette. Wo ist denn dieser Mist? Bruderschafts-Unterschlopf. Sie haben diesen Ort noch nicht. Raouls-Hütte. Raouls-Hütte. Ah. Hier sind die. Wunderbar. Eine Hütte bei den Todeskrallen. Das wird immer besser. Ich hasse die Bruderschaft immer mehr. Grandiose Unterschlupf. Tatsächlich. Eine Hütte direkt bei den Todeskrallen. Die wollen mich verarschen, Boone. Die wollen mich... Die... Sind die bekloppt, Boone? Die sind doch vollkommen bescheuert. Speichern. Ich hab doch keine Chance. Was soll ich denn machen? Gegenstände. Oh. Ich hab... Ne T-Power-Helm. Super. Plus drei. Sieh mal, was ich hier... Längst... Ach. Geh den Kampfhelm hab ich. Chancewelle fünf. Super. Super. Gott, was du... Warum hab ich die nicht an? Jetzt hab ich sie an. Okay. Toll. 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 Toll, Boone. Ich weiß nicht was... Wie das jetzt funktionieren soll, aber... Als erstes. Na, das zieht ja ein ganz kleines bisschen ab. Boone, wir machen... Da ist was. Rückzug. Rückzug, Boone. Oh, der ist schon tot, oder was? Kopf. Das ist doch ein Witz. Das ist doch zum Kotzen. Ich werde dich rechen, Boone. Mit einer Jagdschrottflinte. Mit einem Jagdgewehr. Karawalenschrottflinte. Mit einem Kleinkalibergewehr. Einer Repetierschrottflinte. Mit einem Scharfschützenkarabiner. Was, glaub ich, eher nicht. Mit einem Superhammer wahrscheinlich auch nicht. Und so, und dann mit einem erhöhte Chance auf kritische Treffer. Oh, shit. Ich bin am Arsch. Moment. 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 Hilfsmittel. Schnell hier. Ein Stimpack. Ein... Zapp. Zerab. Dann hauen wir uns... ...in Psycho rein hier. Psychoabhängig. Auch noch. Hallo? Hallo? Was ist das jetzt? Kopf oder Rumpf? Ach, ist mir doch egal. Hallo? Bleib doch hier. Bleib doch hier. Okay, ich brauche eindeutig. Aha, du willst wohl in Deckung gehen. Ich verstehe. Ich verstehe. Junge Todeskralle. Okay. Ich kann nicht wissen, was bei einer Erwachsenen hätte ich nicht erlebt. Todeskrallenklaue. 80 von 280. Wunderbar. Leer. Wohnen. Wieder da. Bei den Lebenden. Gott sei Dank. Speichern. Hauptsache, ich bin sicher eingeworfen. Großartig. Die Bruderschaft. Wahnsinn. Ich bin so enttäuscht von ihnen. Ich bin. Also, wenn das jetzt nicht besser als ihr das Hotelzimmer ist. Ah, sieh mal an. Daten. Ich will noch zu Unterschlupf kommen. Komm schon. Komm schon. Okay, wir müssen hier rüber. Ich denke. Ich denke. Das bedeutet nicht, dass ich es weiß, aber... Wahrscheinlich, genau, rund um den Unterschlupf noch ein paar Todeskrallen. Ist das mein Unterschlupf? Wunderbar. Am Arsch der Welt. Ist das mein Unterschlupf? Okay, ich dachte, da ist jemand. Was für eine Baracke. Bruderschaftsunterschlupf. Was für ein Mistding. Was für ein... Dreck. Alright. Boone, ist hier nicht mal ein Bett? Unterschlupf... Oh, okay. Bunker. Ein Bunker ist hier. Ein Bunker. Ein Bunker. Ein Bunker ist hier. Immerhin. Sonst? Eine leere Brauseflasche. Hier ist nichts. Ein Toaster. Ein Toaster. Komm. Okay. Eine Werkbank. Eine Nachladebank. Ne, 51 B-Power-Rüstung. Ein Helm. Ein Speer-Rüstung. Ein Raketenwerfer. Rakete hoch explosiv. Überschuss Munition. Ein Schrauber. Altmetall. Ein leerer Spind. Hier könnte ich was reintun. Ein Bett. Noch ein Bett. Für dich auch, Boone. Und noch ein Spind. Okay. Hier kann ich was reintun. Ein Trinkbrunnen. Wunderbar. Alles hier, Boone. Alles hier. Gott sei Dank. Dann werde ich mal meine Sachen hierher verfrachten. So sieht's nämlich aus. Was haben wir denn noch? Eine Tesla-Kanone. Gatling Laser. Oh, das hat Gewicht. Ach, ich hab's nicht gelesen. Boone. Ist mir doch völlig wuchst, oder? Ne, hat keins. Weil sonst könnte ich gar nicht mehr laufen. T51 B. Ich weiß, ich bin überlastet. Kleidung. Okay, also die hat 20. Wo ist das jetzt? Wo? What? What? Eine Speerrüstung. Mittelschleichen plus 5. Aha. Okay, hier. Dann soll er... Das ist tatsächlich nicht so gut, wie meine Kampfrüstung verstärkt. Wahnsinn. Und dafür habe ich... Okay. Naja. Wir haben wenigstens eine schöne Psychoerzugserscheinung. Großartig. Okay, ich verfrachte meine Sachen jetzt... ...alle hierher. Und... Nennen wir ihn nicht an. Oh, noch besser. Und wenn ich dann nicht mehr bei der Bruderschaft erwünscht bin, haben die meinen Bunker. Richtig? Oh, Gott. Oh, Gott. Wir sehen uns in den nächsten Part. Ich überlege mal, wo ich... ...meinen Unterschlupf bekomme. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Und ich verkaufe einfach alles. Pah. Paarrüstung für den Arsch. Bruderschaft für den Arsch.